Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo. Ich stehe hier in der Prägerung, hauptsächlich ging es mir darum, einfach mal ein bisschen ein paar Sachen zu klären, wie es mit den Projekten nächstes der Wetter gehen wird, weil ich jetzt noch ein bisschen Pause hatte und das Video, das ist eine Stunde lange über die 100 Ziele und ich wollte einfach nur sagen, was ich dann machen will. Zum einen habe ich vor, mal wieder ein Projekt anzufangen, das ein Ende hat. Das heißt, ich will mal wieder ein bisschen mehr Projekte machen, wo ich wirklich mal nicht alles machen muss, wo ich ein bisschen weniger Lack-Probleme habe und alles, wo auch wirklich viel Spaß ist. Zum Beispiel, was auch dieses Mal kommen wird, ist The Last Remnant von Square Enix. Wird richtig gut sein. Ich schätze, dass wir das fast täglich Parts machen können, weil die sind super einfach aufzunehmen. Ich habe jetzt erstmal schon einen kleinen Anfang gemacht. Reicht zwar noch nicht für ein langwieriges Projekt, aber ich gehe davon aus, dass es noch ziemlich lang dauern wird. Das wird wahrscheinlich heute schon kommen, je nachdem, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Allerdings, ja, wird es richtig viel Spaß. Ich habe jetzt schon meinen Spaß gehabt mit dem Episoden, auch wenn ich es ziemlich spät aufgenommen habe. Vor allem ist es zur Entspannung, wenn Minecraft mal irgendwas macht. Minecraft ist dann doch anstrengend. Zweitens, genau Minecraft, wo ich da mal drauf zu sprechen komme. Minecraft heißt so viel wie, ich werde das mit dem Philosopher's Stone Project noch ein bisschen weitermachen. Ich schätze, dass wir ungefähr 80 bis 100 Parts machen werden, im Endeffekt, wo ich noch ein paar Sachen bauen werde. Zu weit werde ich es natürlich nicht hauen, weil wir natürlich sonst das Problem haben, dass wir, wie soll ich sagen, ja, weil ich die nicht updaten kann, hauptsächlich. Und weil es sowieso mit diesen ganzen Confixes unglaublich kompliziert ist, da ist das andere Projekt deutlich besser mit den 100 Zielen, die ich ebenfalls anfangen will. Wie gesagt, es wird voraussichtlich die nächsten Tage anfangen, je nachdem, wie ich dazu komme. Ich will einfach so 3-4 Parts aufgenommen haben, weil das sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich sage nur ungefähr 8-10 Parts habe ich aufgenommen, dafür hatte ich 40 Stunden Arbeit bei 65 Zielen. Und das war auch nicht anders als das 100 Ziele, nur dass hier halt noch ein paar extra Ziele drin sind, ein paar extra Mods. Und das ist einfach am sinnvollsten. Und ja, ich denke, dass wir damit ziemlich viel Spaß haben wollen. Es sind immer noch vier Ziele offen. Ich habe jetzt noch mal ein zusätzlich hinzugefügt, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es doch einfach unter den Part. Entweder unter, ja, schreibt es einfach unter das Video hier, das geht auch. Oder unter die anderen Videos, je nachdem, worauf ihr gerade Lust habt. Und dann schauen wir da nach. Und ich wollte euch fragen, ob ihr noch Ideen habt, was ich mir dieser Kamera hier anders anstellen könnte, als einfach nur mal die gegenzufilmen und Ankündigungsvideos zu machen. Das ist ziemlich praktisch für mich, weil ich einfach nur Aufnahmen drücken muss. Und man hört kaum rauschen oder sowas. Hauptsächlich einfach nur ein bisschen Wind und lauter so Zeugs. Aber da könnte man deutlich mehr mitmachen, falls ihr Ideen habt, könnt ihr es mir einfach sagen. Und ich sehe, dass unser Video schon langsam wieder ein bisschen lang wird. Und das irgendwie dauert, weil es 1080p ist. Und das vom iPhone hochzuladen, dauert ein bisschen. Naja, wir sehen uns deshalb beim nächsten Mal. Ich hoffe nachher gleich mit dem ersten Projekt. Mit Last Remnant, wenn ich das heute noch erinnert kriege. Spätestens morgen geht es auf jeden Fall los. Und dann werden wir mal sehen. Das wird richtig viel Spaß. Und ja, wir sehen uns. See you later. Bye bye.